Heute und willkommen zu einer Runde Survival Games, nicht mit Tim, denn der ist wieder nicht da, und zwar habe ich eine Sache an euch, die ihr beantworten sollt, das ist eine Frage, und zwar kam gestern ja Etogeda mit Tim und es ist halt die Frage, ja, findet ihr Etogeda gut oder schlecht oder also wollt ihr halt mehr PvP oder ist es euch egal was mehr kommt? Ja, das wäre es halt so gewesen, wenn ihr jetzt sagt, egal oder keiner schreibt was dazu, dann würde ich es so machen, dass ich es halt versuche abwechselnd zu bringen, sofern wir was haben, ansonsten wird halt immer PvP kommen, ansonsten würde ich versuchen es abwechselnd zu machen, also ein Tag Together, ein Tag PvP, also Survival Games oder Bad Wars, den nächsten Tag halt wieder Together und so weiter und so weiter, das wäre halt das gewesen, was ich so gehabt hätte und dann würde ich sagen, spielen wir Survival Games. Für diese Folge Ja, das wäre das, was ihr mir ganz gerne mal unten in die Kommentare texten dürft Und ja, ich gucke dir auch rein Was ist denn hier Kissen? Ich weiß noch nicht, ob hier Kissen sind. Ich rüber mal weiter Das habe ich jetzt schon zweimal besagt, glaube ich, ja. Gut, wir gehen jetzt mal drüber Und das ist dann noch ein bisschen Stuff ist mir ja immer in der Lederbrust Und jo Das definitiv doch so lebt, die Angel, ist ja krass Habe ich einen Stick? Nein, natürlich nicht Hm, ja So, ansonsten würde ich gar nicht, worüber ich reden soll, also gucken wir hier rein und finden den Stick und wir gehen ab zum Kino Was hier sich befinden müsste gehen, auch hier ist es Dann sind wir alle, gehen wir jetzt in die Vorstellung, in der es ein Werkmarkt in der Leinwand gibt Und machen da ganz einfach mal Zack Finde uns geil damit Ich nehme das mit und das da, weil das gefährlich werden könnte für uns Obwohl ich habe das Gefühl, findet man so viel Steinschwerter und so Halt, das nehme ich mit Hm Genau Dann gehen wir nochmal hier lang, über den Teenies Platz Mann, warum geht's denn dem so Rüstung? Das nervt mich ja gerade schon so ein bisschen an, ne? Komm her Alter Der braucht echt nix an Rüstung, ne? Aber Eisen ohne Ende Weiter Mann, du hast doch 13 Spieler Ich habe keinen Kill Und ich habe keine gute Rüstung Das Beste ist mein Helm Und ich glaube, da hinten ist ein Team Was auch nicht gut ist Nein, ich nehme mal was, kein Team Oder ich habe mich gerade verguckt Ja Das hätte mal So, ich hätte gerne diesen Bogen hier auf die 3 Und auf die 2 Und dann gucken wir, hatten die noch was besseres als Nein, das ist generell gerade noch so crap An Rüstung hier existent Und dann kann zwei Kitzkern Genau Das Boykültz Und das ist ein wunderbarer Chin 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 Eisenschwert So Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal Da hoch Da müsste die Bahnstation sein, ne? Komm, ich weiß nicht, ich schwimme diesen scheiß Wasserfall Die Bahnstation Auch nicht Bahnhof gedacht oder so? Nein, bloß nicht Ja Und was ich in diesem Server hier sehr gut finde Ist, dass die Runden ja nicht so schnell zu Ende sind Die gehen ja Meistens schon etwas länger Und das finde ich sehr schön Ich mag dich, wenn die Runden mit mir zu spielen Irgendwie nur 3 Minuten dauern Und dann sind sie Ende, weil alle tot sind Nein, hier sind die Maps schon groß Ja Nun kennen wir mal, was es hier hinten so an Chests gibt Ja So, wir gehen jetzt erstmal nur diese hier Damit die Leute denken, wir hätten nur dieses hier Nein So, ja Hier gibt es immer noch kein Snackautomat, ja? Das ist auch nichts Hier ist was Genau Yes Wir haben ein bisschen was Bösseres Das habe ich natürlich wieder aufgesammelt, ne? Okay, die Schuhe sind nicht besser als unsere Ich gucke noch mal kurz dem Flugzeug nach Es da vielleicht noch was gibt Aber Das ist noch eine Kiste Ich werde jetzt nicht der Reihe gehen Ich mag diese Musik sehr Das habe ich glaube ich schon mehrmals erwähnt Aber ich erwähne es noch mal Haha Guck mal, eine Kiste Ey, wenn das so weiter geht, kann ich mit dem Eisenbrot Ich will doch so gerne gute Stuff finden Aha Nicht gut Habe ich einen Apfel? Nein Jetzt kann ich noch bald einen Gottopfer craften Und ich muss diesen, aber ich will dich diesen Ich muss diesen Entschuldigung Das war laut Und ich weiß nicht wieso, aber ich bin jetzt jetzt halt so verschnupft Dabei habe ich nicht mal eine Energie oder sowas Einfach Schnupfen Das finde ich echt scheiße Aber Kekse sind gut Aha Ich wusste nur, dass da eine Kiste ist Das ist aber, weil ich so saulage nicht mehr auf diesem Server gespielt habe Oh, mal ist auch noch einer Oh, ich bin tot Naja, egal Ein 3er-Team Naja, egal Da wäre ich eh gestorben Egal Ich würde sagen, das war sich Äh, die Frage Bitte erhol ich nochmal Falls ihr sie Vielleicht nicht schon erwähnt habt Oder sowas Aber ich habe sie erwähnt Aber auf jeden Fall Die Frage war Wollt ihr mehr Together Oder wollt ihr mehr PvP oder so Ausgeglichen irgendwie machen Und Ja Dann Bis zum nächsten Mal Vielleicht sogar wieder mit Tim Man weiß aber nicht Und Ciao